Bemängelt wird unter anderem, dass die Einrichtung des temporären Projekts nicht ausgeschrieben worden ist. Dies wäre aufgrund der Höhe der Kosten nötig gewesen. Die Gürtelfrische wird von den beiden eingegrenzten Bezirken Rudolsheim 5 Haus und Neubau in der Kooperation mit der Kunst im öffentlichen Raum GmbH initiiert und von der Mobilitätsagentur unterstützt. Diese sind aufgrund Prüfernsuchen von FPÖ und ÖVP erstellt worden. Das Detailkonzept kommt von einer externen Kommunikationsagentur. Drei Wochen im August ist das Chill-Areal zwischen Stollgasse und Felberstraße geöffnet. Herzstück ist ein 33 Quadratmeter großes Schwimmbad. Die Kosten für die Umsetzung der Erholungs- und Planschzone werden von den Prüfern mit insgesamt rund 195.000 Euro beziffert. Das ist mehr als die von der Förderung an abgedeckten 160.000 Euro, da weitere 34.000 Euro auf Verkehrsmaßnahmen, wie etwa die Änderung der Ampelschaltung, entfallen sind. Finanziert wird das Projekt großteils über Subventionen der Stadt bzw. der Bezirke. Im Laufe der Realisierung muss intern in Sachen Kosten umgeschichtet werden. Nötig war nach Ansicht der Prüfer aber jedenfalls eine Ausschreibung gewesen. Denn das Bundesvergabegesetz hätte angewendet werden müssen, da der Wert von 100.000 Euro überschritten worden ist. Unklar ist auch, wie viele Erholungssuchende sich bei freiem Eintritt am Gürtel eingefunden haben. Für die medial kolportierten 25.000 Besucher und Besucherinnen bzw. 15.000 Badegäste kann keine Bestätigung gefunden werden. Für die medial kolportierten 25.000 Euro überschritten werden muss.